Maria Ignacia, hast du schon gehört? Zum Arzt gegangen ist Christina wegen ihrer Allergie. Was für eine Krankheit hat die Maria Josefa? Allergie? Ach Gott, Maria Ignacia, bist du wohl von gestern mal riechen. Die Allergie, das sind die Pusteln, die die jucken aus dem Körper kriechen. Und das? Das hat Christina. Das Tät, so sagen sie, beflissen vom Geruch der Blumen kommen. Oder von der Füllung der Kissen. Darum haben sie sie mal rangenommen, um was Genaueres zu wissen. Und das, was Christina da hat, die Allergie, Maria Josefa, erzähl. Kann das nicht von Mehl? Viel Mehl ohne Fett? Ach nee, die fastet schon seit Wochen, ist schon flach wie ein Brett. Und doch kommen die Pickel gekrochen. Sie geben mir jetzt Injektionen vom Kissenbezug aus dem Bett. Mit Pollen aus jeglichen Zonen, mit Pudern und ohne Toilette. Sie hoffen nun mit dem Befund, brächten sie das Licht ins Dunkel und fänden endlich einen Grund für Christinas Vorunkel. Ach, mein Mädchen, was für Plagen. Und welch großes Missbehagen. Ich tue ja keinen Doktortitel tragen, doch würde ich den Ratschlag wagen und den Ärzten Brüverm sagen, aus dem Kopf sollen sie sich's schlagen, die Wolle und die Grünanlagen. All die Klagen gegen Pulver und Essenzen. Hat noch nie was ein Versagen zu befragen, die sieben Potenzen. Dass die Malesse sozusagen sie an falscher Stelle jagen. Sie müssen die Kissen verhören, die Laken genau inspizieren, die Matratze um Antwort beschwören, das Bettgestell analysieren. Doch kenne ich schon die Diagnose. Was unsere Christina lädiert, ist Folge von Dermatolose, die auf den Beinchen im Bett rumspaziert. Für Heilung an Ort und an Stelle, da hätte ich schon eine Idee. Man kocht einen Tee auf die Schnelle mit Wasser und viel DDT. Nun geh mal dem Arzt schnell berichten und frage nach der Medizin. Doch für die Christina mitnichten, aus Bettgestell schütter sie hin. Christina, das kannst du dann sehen, wird schneller gesund, als du denkst. Kannst immer du's noch nicht verstehen? Die Krankheit, die hatte ich schon längst. Sie hörten Enrique Nunez-Rodriguez, La Allergia, die Allergien. Lesung und Übertragung aus dem kubanischen Spanisch, Mark Pusch, 2018. klief- gaunischen Spanisch, 2018. 05-16-18-75-08-18 effektiv- gaunischen Spanisch, 2018. pools-röst很 gelungen aus bei der K adidas von愛bist ist in 1815. 1-0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Ein aber etwas glünden aus dem kubanischen Spanisch,ulsion erläutern. 5 vier Alberto Intenssdon – in 1915. 1–book-jahrt-8-8-8-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 . Vielen Dank.